In der Tramezina, umgeben von Bergen und der märchenhaft schönen Landschaft des Comersees, abseits vom Straßenlärm, befindet sich das Hotel La Perla wie eine Oase von unglaublicher Schönheit, wo Gastfreundschaft und Professionalität zu Hause sind. Das Hotel ist nur eineinhalb Kilometer vom Landungssteg, der Haltestelle der Linienbusse, sowie vom Park Teresio Olivelli und von den überschwänglichen Gärten der Villa Carlotta entfernt, die in der ganzen Welt für ihre botanische Pracht und die wertvollen, in ihrem Museum ausgestellten Werke berühmt ist. In nur zehn Minuten erreicht man die auf einem Vorgebirge von seltener Schönheit gelegene elegante Loggia, der Villa Balbianello mit ihrem Terrassengarten. In 20 Minuten gelangt man zum Golfclub Menaggio. Sein 18 Löcher umfassendes Golffeld ist eines der ältesten Europas und sozusagen ein Äckchen altes England, am Ufer des Koma-Sees. Das Hotel wurde komplett renoviert und bietet allen modernen Komfort. Es hat eine große, überdachte Garage, die vielen Fahrzeugen auch in seinem schönen Olivengarten Platz bietet. Die Zimmer verfügen über regulierbare Klimaanlage, Minibar, Satelliten-LCD-TV, Pay-TV, WiFi und Safe. Viele haben einen Balkon oder private Terrasse, von welcher man einen unvergesslichen, stimmungsvollen Blick auf den See genießen kann. Das Frühstückseck mit reichhaltigem Buffet wird jedem Bedürfnis gerecht. Der Frühstücksbereich auf Balkon und Terrasse mit Blick auf den See macht das Frühstück jeden Morgen zu einem einzigartigen Erlebnis. Die American Bar erleuchtet die romantischen Abende mit leckeren Cocktails und Longdrinks. An heissen Sommertagen kann man sich am Pool inmitten des bildschönen Gartens entspannen mit bezauberndem Blick auf den See. Das Hotel La Perla ist ein Familienbetrieb, der sie mit Herzlichkeit und Professionalität in einer komfortablen, mit gekonnte Eleganz ausgestatteten Ambiente empfängt, um ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen.